Die war so lang, aber da war ich so breit. Und die haben so komische Fäden, in denen sie dann so drin hängen und dann habe ich eine Panikattacke gekriegt. Das war die letzte Limo heute. Der Kwampert macht gleich einen Kassensturz. Hat das doch schon im Simi gesagt, dass es heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstler? Im Ernst? Spatzl, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die ist beim Rumiabend. Ich kann dir auch einen Wodka bringen. Den riecht man nicht so. Nee, bringe ich meinen Obstler. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Das Training geht nur neun Wochen und drei davon sind für die Sicherheit, das Emergency-Training. Und es hat unglaublich Spaß gemacht. Wir hatten die Attrappen, die sich bewegt haben, Feuer simuliert und ins Wasser, Notwassern und mit den Rutschen runter und es hat echt Spaß gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020